Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim und der Darko ist natürlich auch mit dabei. Ich entstumme mich auch gleich im Discord. Und wir wollen uns heute auf die Suche nach einem Sumpf machen. Außerdem soll Darko sich noch den Hörsbrecher herstellen. Wir brauchen Ressourcen, denn ich habe die Palisade fertiggestellt. Und ja, Ressourcen für die Spikes. Und dann wollen wir mal schauen, was wir noch so machen. So, jetzt bin ich entstummt. Wo bist du denn gerade? Auch gleich so weit. Stell dir zu Hause. Achso, ich komme gleich. Ich sammle hier gerade nur noch ein paar Pflanzen ein. Du kannst ja schon mal zu Hause in die Kisten gehen, beziehungsweise erstmal in die Werkbank und gucken, was du für den Hörsprecher brauchst, also den Hammer. Und dann kannst du dir den schon mal herstellen. Ähm, jepp. Ich muss erstmal ausladen gleich. Baupfel. Ähm. Okay. Ich bring gleich noch ein bisschen Holz für die Spikes mit. Ja. Das lohnt sich. Ähm. Bop, 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 bop. Wir dürfen dann auf jeden Fall den Schlüssel nicht vergessen, den wir vom Uralten bekommen haben. Weil ohne den kommen wir wohl irgendwie nicht in den Sumpf rein. Ich hab noch ein bisschen Platz. Ja. Ähm. Das ist da. Jetzt geht's wieder von vorne los. Wo ist hier irgendwas? Wenn du direkt ins Lager reinkommst, mittige Kiste, ähm, hast du Leder und alles drin. Und daneben sind dann die Köpfe. Auf der rechten Seite. Hm. Hier war das jetzt Steuerung durch Schiff. Hm, genau. Aber Eber könnten wir kommen woanders rein. Die sind zweite von rechts. Ich verstehe es auch. Die sind dann zweite von rechts. Ja, okay. Ähm, ich hab wieder Samen. Und hier hatte ich doch noch was. Hä? Hä? Äh? Ich hab eine Pflanze abgebaut, hab Karottensamen. rausgekriegt. Ich dachte, das wär dies so gewesen. Joah. Hm, hm. Ähm. Was soll ich mit Stein machen? Ah, da. Bei Feuerstein mit reinschmeißen. Da ist sogar noch mit drinne. Da ist sogar noch mit drinne. Ähm, und nix im Trophäe. Ich hab die schon irgendwo gesehen. Vergiss es. Ja, okay. Hahaha. Äh, bis du den Hörsprecher dann gemacht hast. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Darko. Rechts. Den. bei mir ist hier auch links rum ach du scheiße mittlerweile sogar schon skelette okay bei mir waren schaman und skelett und bei mir ein drauger und normaler der weg ist neue materialien innereien und würstchen achtung skelette ich komme umgereint weil sie draußen auch irgendwo was sein sollte aber ich glaube ich hier mit nämlich noch in herum das zum anfang der aufnahme geil eigentlich wollte man ein bisschen hilfe warte ich habe hier noch so ein die sind halt schneller als ich das war eine art geist jetzt ich bin doch schon hier meine güte ach das sind die schön ja ohne ausdauer geht nix ich habe auch nicht mehr vor allem wegen dem bogentyp sieht er gerade oh ich habe keine normalen pfeile mehr scheiße ich schieße mit ich weiß schon was wir haben dass brandpfeile ist egal können wir auch immer wieder neue herstellen ich müsste halt mal was snacken ich habe hier gerade noch probleme mit ne die hinten mich jetzt noch immer und ich bin down ne die hinten mich jetzt noch immer und ich bin down ja warte ach fuck das sind die zwei scheiße ich brauche keinen ausdauer mehr ich bin tot die aber auch ja wie brauche ich einfach wieder du respawnst im bett ja wow das war ja ok dann geht das jetzt sogar schon eine stufe weiter wenn die gypsies da kommen diese faulen ja die verfaulten halt ich bin das voll schwer weg zu laufen und gleichzeitig zu schießen vor allem wenn man ausdauer probleme hat auf der privaten map die ich hatte die ist ja existiert ja nicht mehr da habe ich ja von denen ein komplettes dorf gefunden da wirst du bescheid ne was ich da zu tun hatte oh schön es wird auch gleich in die passenden slots verbrachtet mhm mhm faulige nach rein wo macht man die rein ist das was neues oder warum aber auf der map hatte ich es halt noch nicht ok ja ich habe die unter der holzkiste also ganz links aus und mitte gemacht und ich wollte anfangen spikes zu setzen ey das ist doch und hier liegt ganz viel holz rum nice hier haben sie schon was kaputt gekriegt die tierchen mal nebenbei was bringt eine mauer wenn die innerhalb der mauer spawnen wie bei uns jetzt das ist eine gute frage ich baue die mauer trotzdem weil bisher sind die immer nur von außen gekommen ne die waren bei mir volle kanne mittendrin die sind fast vor mir erschienen ja dann kann es halt nur noch leichter werden hahaha so aber selbst die nixen rennen hier gegen die spikes und droppen das fleisch das ist nice so so ja aber jetzt vielleicht hört das ja irgendwann auf dass die in der oh ich brauche Holz ne ne Werkbank hier habe ich jetzt wieder eine hä lol ähm vielleicht hört das ja auch irgendwann auf wenn wir da drinnen mehr gebaut haben ähm in welcher essenstour hast du die innereien reingepackt jetzt? die habe ich im kistennager mitte ganz links ähm ich würde die rüber zu essen tun weil daraus kann man Wurst machen das weißt du aber ähm mir wurde das Rezept tatsächlich nicht angezeigt okay mir wurde es angezeigt obwohl ich die innereien eingesammelt habe kann ich ja gleich mal lunzen ähm äh wo hast du dir erzählt? ganz linksmitte ah ja und du hast wieder eine menge Fleisch zum braten ja das mache ich dann alles off screen äh Würste doch ich habe mir Wurstrezept auch angezeigt hohes Fleisch in der Reihen gießteln ach gießtel brauchen wir aber auch für den Gegengift wie viel haben wir davon? 37 ja wie wäre es wenn du anfängst äh kann man die Sachen anbauen? diese weiß ich jetzt nicht aber die anderen meintest du ja ähm gute Frage ich habe auf jeden Fall erstmal vier Wurstchen hergestellt ähm was würde ich mir jetzt eigentlich den Hörsprecher den großen Hammer ah ah ok 20 Kernholz 2 Leder und 5 Trophäen Kernholz haben wir ja alles ähm könntest du mir wieder ein paar Pfeile herstellen? äh ja Moment also normale Pfeile haben wir auch noch ich gucke ein paar Stück ähm Dings aber ich war du bist doch eher in der Werkbank da kannst du das doch gleich selber herstellen äh doch ähm aber die 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 Bisschen da...von... Ne Gott, das stinkt wohl jetzt selbst Pfeile. Äh, was für Pfeile? Feuerstein oder Holz? Äh, Feuerstein. Die sind besser. Wie viel will ich? Was bedeutet fünfmal? Zehn Feuerstein, zehn Federn und... Ja, mehr als genug Ressourcen. Stell dir gleich 100 Stück her. Das tue ich nämlich auch gerade. Ich hab's gerade einfach nur kurz einmal ausgerechnet, damit ich nur das passende rausnehme. Denn ich verbrauche mehr Zeit, die Sachen wieder einzusortieren, als dass ich's... Okay. Jetzt kommen wir die raus, aber ich glaube, noch nicht klar sein muss so. Komm, Bau. Das war's doch gerade. Ey. Da. Autsch. Alle. Wo kommen Knochenfragmente rein? Das hab ich noch gar nicht gesehen. Äh, da wo du die Dings rausgenommen hast. Die Federn. Da sind Knochen drin. Hör doch. Oh, ich brauche wieder Ker... Uhhhhhhhhh. Okay. Ich bin bei 15 Minuten. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal auf die Suche nach einem Sumpf begeben. Oh Gott, aus wo kam Kernholz aus Kiefern? Ich glaube... Kernholz, war das das Edel? Nee, Edel sind Buchen oder Birken, die mit der weißen Rinde. Kernholz ist aus dem Dunkelwald. Achso, ja, aus dem großen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie der Baum fällt, wenn ich jetzt hier ihn anpflanze. Ja, wie sich das verhält. Ähm, Honig, Komfort, Essenskisten. Genau, dachte ich. Achso, jetzt brauche ich wieder die Hohe. Die Hohe, willst du ein Feld anlegen? Nee, den Pflug brauche ich. Ähm, so ähnlich. Ich will Dings anpflanzen. Eine Kiefer. Ah, okay. Mal gucken, wie sich der Spaß hier verhält in der Base und ob wir die vielleicht sogar außerhalb anbauen müssen. Weil ich nicht weiß, in welche Richtung die dann fallen sollten. Ähm... Macht die denn Schaden, wenn sie auf unser Haus fällt? Das Haus kann kaputt gehen. Ähm, kurze Frage. Ich habe hier immer noch dieses Totenkopf zum Beruf damit. Das ist da, wo dein Grab war, das verschwindet, wenn du das nächste Mal stirbst. War das echt zu ewig? Ja, ich habe meins auch noch im Dunkelwald. Und da oben steht die ganze Zeit kein Fähigkeitenabzug. Dann hast du mehr Schweine als Verstand. Dann hast du definitiv nichts verloren. Nicht so wie ich vorhin. Warum hast du da eine Werkbank hingestellt, bei der steht, du brauchst ein Dach? Ähm, damit ich dort dann die Dings weitermachen kann, die Spikes. Die brauchen auch alle eine Werkbank. Und nach den Karotten wollte ich noch lunzen gehen, wenn ich schon mal den Flug habe. Oh, der Hamba macht einen langsamer. Mhm. Junge! Ich habe ja gar keine Ausdauer mehr danach. Dann bist du auch nicht ausgeruht. Nö, bin ich auch nicht. So, 8 Minuten, auch stimmt. Ähm, hier... Doch, hier hatte ich die Karotten angepflanzt. Wo sind die hin? Hä? Karotten habe ich keinen genommen. Ist das so wie ein Ruff, dass die Möwe stabil sind kann? Das weiß ich halt nicht. Aber ich habe mir hier extra so ein Ding angelegt. Die Karotten sind einfach mal eiskalt weg. Das ist ja bestimmt... Da müssen wir das doch in der Base machen. Und, naja, die Wildschweine kannst du einfach wegfressen. Jedenfalls in Recht. Und bei ihm ist sowas gelangt. Ja, müssen wir es in der Base anpflanzen. Wir haben ja genug Platz unten am Wasser. Zäunen wir uns das noch ein bisschen ein. So, Gate wieder zumachen. So, Gate wieder zumachen. Boah, da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis so ein Bäumchen wächst. So, Hörsprecher. Picke, der Hammer bleibt hier. Eine Ersatzfacke kommt mit. Das Holz und die Samen bleiben hier. Das bleibt hier. Das ist noch nicht fertig. Das hier rein. Boah. Ach, hast du das schon eingesammelt, das Metall? Nice. Ja, wir brauchen unbedingt auch wieder Holz. Damit wir wieder Holzkohle herstellen können. Ähm, wir haben aktuell zwölf Gegengifte und noch... 14 köstlichen Mähen. Gesundheits- und Ausdauerregeneration sind verringert. Gesundheitsregeneration minus 50%, Ausdauerregeneration plus 300%. Was macht denn der andere Mähen? Ähm... Gesundheit. Warte mal, haben wir jetzt geringe Ausdauer oder was? Köstlichen Mähen haben wir, okay. Das muss dann... Ich weiß es nicht, welcher was ist. Das ist peinlich, wenn man nicht mal weiß, für was der Mähen ist. Weil es ist ja einfach nur geringe Ausdauer, äh, Giftwiderstand und gesund. Aber wenn die fertig sind, ähm, hästen die halt komplett anders. Köstlicher Mähen. Der Nektar der Götter. Mähen des Giftwiderstands. Schützt vor Gift. Du erleidest weniger Schaden durch Gift. Schadensmultiplikator. Sehr resistent. Faust-Gift. Also dann stelle ich jetzt, äh, nochmal von dem anderen Watt her. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder Himbeeren. Äh, das war geringer Ausdauer. Hä, ich dachte, ich hab die mitgenommen. Ne. Wow. Äh, was ist das? Auch Honig brauche ich noch, genau. Da. Bärenmarmelade. Bärenmarmelade. Köstliche klassische Mischung aus Himbeeren und Blaubeeren. Ja. Gesundheit brauche ich noch. Löwenzahn. Herstellen. Kometmischung gesund. Neues Material. Oh ja. Okay, den hab ich noch nicht hergestellt. Das ist schon mal gut zu wissen, ne. Kriegen wir auch mal 10 Stück raus. Das passt. Äh, der ist immer noch nicht fertig. Dann kommt das erste Mal da rein. Ich brauche unbedingt wieder Bären. Ich will jetzt mal gucken, ob ich welche anpflanzen kann. G7. 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 muss man unbedingt unterwegs welche sammeln. Ja, sowieso, oder? Ja, weil ich hab auch nicht mehr so viele. Ich nehme jetzt neun Stück mit, neun haben wir dann noch. Von den Blaubeeren und von den Himbeeren haben wir noch elf Stück. Weil ich da was für das eene Rezept verballert hab. Ja, gut, dann. Ich mög mich mal ganz kurz. Ja. So, das war's dann aber auch schon mit dieser Folge. Das war natürlich richtig geil. In der ersten Aufnahmeminute gleich ein Raid gehabt. Mit natürlich stärkeren Typsies. Hätte ich nicht gedacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020